Wie die meisten von euch mitbekommen haben, habe ich sehr lange kein Fortnite mehr gespielt. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich hole mir einen Pro-Player ran. Ich mache gegen ihn ein 1v1 in Box-Fights, Realistic-Fights und ganz normales, klassisches 1v1, um zu sehen, auf was für einem Stand ich bin, ob ich überhaupt mit einem Pro mithalten kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert euren Epic Games Namen, wenn ich mal mit euch zocken soll. Und ja, heute ist Reeks aka Simon Abi am Start, der wäre damals auch fast VVS gekommen. Vielleicht zur neuen Season fangen wir wieder mit VVS an, aber ich will dahingehend nicht zu viel spoilern. Ich verspreche euch nur, dass bei der neuen Season wieder Aktiv-Cup-Videos kommen und ich mit Fortnite durchziehe. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim 1v1. Hast du ne Spaß oder was hast du für ne Waffe? Blau Pump und halt, ah ja, 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 wichtig. Simon! 1v1.0 Junge, Pro wird rasiert. Bro, was für Pro, hör mal auf, Junge. Ja, was war das, Junge. Er spielt mal aus dem Keyboard und kassiert so hart gegen mich. Junge, wie lange habe ich bitte dieses Spiel nicht mehr gespielt? Nein, das kannst du keinem erzählen. Bro, wenn das, wenn das Skin-Contest-Macher sieht, der macht erstmal Video. Der macht Reaction drauf. Oh! Oh! Oh, jetzt macht er es! Oh! Nein! Oh! Kein AIM. Ich hab gedrückt, ich schwöre, ich hab gedrückt. Es ist so spannend. Boah! Es ist so spannend. Junge, ich hab noch nie ein Menschen so schnell editiert gesehen. Das ist echt heftig. Okay, 1-1, wer zuerst drei Punkte hat. Oh ja, Spaß. Ich auch. Er ist auch. Er freut sich eher. Oh mein Gott, ich hab gerade böse ADS. Ich mach jetzt TikTok-Clip, Junge. Ich mach jetzt Edit-Parcours. Machst du schon. Dann 200. Ah, hier chillt er. Okay, Bruder. Jetzt wird es wieder ernst. Los, komm! Digga, hätte der gehittet, Junge. Ich wäre aufgegangen. Lass du schlafen, ja? Ja. Bruder, das Ding ist halt, du hast Peace-Control, seine Mutter. Ja, hör auf damit! Ja, ja, ja! Nein, nein, nein. Ich hab keine Mütze auf mehr. Ja, Junge! Du kannst so viel Peace-Control, wie du willst, Junge. Ja, im Endeffekt, weißt du, egal wie viel du baust, dein Aim und so, muss einfach besser sein als meins. Aber es ist es nicht. 2-1. Also, wenn ich gegen dich Realistics gewinne, dann mach ich irgendwie Party. Ich lade Shorty und Erik ein, wir saufen dann erstmal ein paar Jacky-Dosen wieder. Oh! Junge, du Junge, jetzt reicht die. Bro, diese Hits sind aber auch crazy. Eine Sekunde, Frau Biggie, eine, nein, Digga. Komm mir jetzt her, Junge. Ja, komm, komm, komm! Wenn ich jetzt Whompump oder so ein Kack. Ich krieg den X-Lachflash. Oh! Junge, du machst mir Angst. Nein. Ah! 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 Ich trau mich nicht. Ja, komm, trau dich! Ich muss den Whomp abgeben. Oh! Oh, mein Gott, dein Aim. Dein Scheiß. Oh mein Gott. Bro, das Ding ist halt, es ist way too spannend. Bro, wenn ich jetzt gewinne, dann hab ich einfach Realistic Fights gegen dich gewonnen. Das ist dir schon bewusst. Ich kann nicht einmal bauen. Ich hab keine Mets mehr. Ich auch nicht. Nein. Moni war leer! 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 2, 2, Bruder! Ey, aber sag mal ehrlich. Knapp du sing, Junge. Ich hab so gesagt. Hättest du wirklich gedacht, dass ich so gut bin, obwohl ich so lange nicht gezockt hab? Sehr ehrlich. Sei mal ganz ehrlich. Du bist Pro, du hast Earnings und alles. Man unterschätzt mich schon, oder? Ja. Was ist bei mir? Was ist bei mir so gut, sag mal ganz ehrlich jetzt so? Das wird mich ehrlich interessieren. Ja, dein Aim. Aim ist Schock ist ja immer, oder? Ja. Ja, wenn ich meine Mechanics noch verbessern würde, wäre halt vorbei. Guck dir an, das meine ich. Dein Aim ist schaif. Ja, jeder Schuss ist halt drauf. Jeder Schuss. Okay, weg, wieder hier. Nee, kann ich nicht. Nein. Nein, es kommt dann eben wieder. Ja, ich schluss erst. Ja, der Dreckige. Nein. Boom, Alter. Boom, Alter. Boom, Alter. Boom, Alter. Kommt alle. Ich schwör's euch. Jeder, der denkt, der ist krass in Fortnite, kommentiert jetzt seinen Epic Games Namen, wenn ihr 1v1 wollt. Ich nehm jeden Pro-Eyes auseinander. Reason soll kommen, warte, ehrlich, ich hab besseres. Nein. Auf jeden Fall 3-2 gewonnen, Brudi. Aber du hast ernst gemacht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. Aber jetzt unter uns so, Aufnahme ist glatt aus. Hast du ernst gemacht? Ja, hatte ich ja schon, aber ich hab heute, ich schwör bei Gott sogar noch, keine einzige Runde gespielt. Ja, ich auch nicht, Brudi, ich auch nicht, ja. Jetzt kommt Boxfights, jetzt kommt Boxfights, Boxfights bin ich auch nicht so krass. So realistisch bin ich am besten. Ich bin Boxfights, ich bin der Beste, du wirst jetzt sehen. Okay, okay, komm, 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 einzeln für mich. Okay, Brudi, ich will dich nicht zu krass blamieren, aber ich glaube, jetzt musst du ernst machen. Aber nee, Leute, ich glaube, so Boxfights wird er mich komplett auseinandernehmen. Der kennt da wahrscheinlich auch alle Tricks. Oh, was, was, was? Ja, ja, 1-0 für dich. Wie gesagt, bis 3. Oh, Boxfights wird schwierig. So realistic Fights und so, normale Fights bin ich ganz gut. Boxfights ist bei mir tot. Taktik ist immer das Wichtigste, vertraut mir. So, jetzt. Ja, 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 richtig eklig, Digger, richtig eklig. Is dein Fisch, du Fisch, is dein Fisch, du Fisch. Den muss wirklich Taktik und so. Auch schlau. Ja. Das Problem ist halt, hier ist alles deins. Ah, was? Ah, nee. Irgendwie Aim ist nicht mehr da, keine Ahnung. Nee, Mann, nee, 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 nee. Vorbei. Ich hab gleich wieder keine Mets. Oh, hier bist du. Oh! Nein. Oh! Was? Der 150er-Helder war sick. Du hattest keine Mets mehr, aber, oder? Das wird schon echt peinlich, wenn du gegen mich verlierst, gell? Was sagen, was sagen dann deine ganzen Kollegen? Vor allem, die auch so Pro-Player sind und so. Jetzt macht er wieder ernst. Das hätt ich nicht sagen sollen. Ich muss so ernst machen. Riese bei mir gerade. Ja! Ja! Nein, das kannst du. Bro, einfach besser. Ich geh dir 80, weißt du. Nein, einfach, einfach besser. Einfach besser, Bruder. 2-1. Einfach besser. Jetzt kannst du nicht hochladen, Junge. Einfach, weil es so mein Titel Pro-Player in Fortnite zerstört. Einfach, ganze Fortnite-Karriere ist vorbei. Ich glaube, wirklich nach dem Video ist alles vorbei. Oh, mein Gott. Gut, wie ich reingegangen bin. Oh, du hast mich gecaunt. Ja, 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 ja. Stark, 2-2. 2-2. Aber spannend, Bruder. Spannend, 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 spannend. Ich muss jetzt noch mal ernst machen. Ich hätt auch nicht gedacht, dass ich dich zweimal hol. Obwohl wir hier Dings Boxfights machen. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Jetzt habe ich fast. Ah, kennst du den Trick 17? Kommen wir jetzt Pre-Fire. Wow, fast schon wieder hinkommen. Knappes Ding. Oh. Ah, Digga, ja, 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 ja. Ja, konnte ich nichts machen. GG's. GG's. Aber wurde wieder spannend am Ende. Okay, 1-1. Jetzt alles Entscheidende ist 1v1. Oh, Bruder, 1v1 bin ich schlecht. Ich habe gegen Standardskill und sogar gegen jetzt Asitiv verloren. Oh, wieder Standardskill. Bist du ready? Bruder, jetzt geht's wirklich um alles. Jetzt müssen die Leidys geflexed werden. Ah, oh mein Gott, du hast mich so geklippt. Das ist 180er jetzt, weil mit der Pump nicht mehr geht, sonst wäre das so der Clip. Bro, das war ein fetter Clip. Das war so ein fetter Clip. Ich kann jetzt schon eigentlich aufgeben. Da merkt man auch, wieso du Pro bist. Ja. Boah, das ist mich mies gekonnt, Digga, dass ich runtergeblungen bin. Perfekt. Ja, 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 ja. Ich treffe nichts. Ja, ich merke schon. Bro, das Ding ist so boos wie ein verrückter. Ja. 1-0. Bro, da ist halt vorbei. So Realistics kann man noch irgendwie schaffen. Aber hier ist halt wirklich legit vorbei. Du darfst nicht aufgeben. Ja, ich gebe auch nicht auf, Bro. Ich mache jetzt wieder irgendeine andere Taktik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Bruder, ich sehe nicht mal, von wo du schießt. Du gibst mir einen Hit. Ja, 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 1-1, Junge. Let's go, wichtig. Diese Random Headshots, die ich dir halt gebe, die carryen mich absolut, weil wenn ich ja nichts so bauen, müssen wir nicht reden, bist du halt 20 Mal besser. Sogar 30 Mal. Ah, bitte nicht. Hören Sie auf damit, ich will das nicht. Ja, ist stark, Junge. Oh, nein. Willst du weitermachen? Ja. Natürlich will ich weitermachen, Bruder. Und weil ich runtergefallen bin, hören wir doch nicht auf. 2, 1. Schwierig, schwierig, schwierig. Egal. Ich mache wieder eine neue Taktik. Ob mich hole ich jetzt auf Ansage. Bro, wenn ich die jetzt hole, dann ist schon echt stark. Aber ich glaube nicht. Was ist da los? Ich habe halt nicht mal die Chance, dich zu hinten. Das ist es ja. Das ist ja das gut. Deswegen mache ich das hier auch. Das ist so krank. Es ist wirklich unmöglich, gegen dich 1v1s zu gewinnen. Das habe ich noch nie gesehen. Das war ein 30er-Hit wieder. Naja, also wenn du mich jetzt... Was für einen Hit habe ich dir gegeben? 189. Echt? Ja. Oh. Na, naja. Ja, Leute. Ich habe ihm zwar noch ein 189er-Hit gegeben. Hat aber leider nicht gereicht. Der Bruder ist halt auf jeden Fall der Heftigste. Bro, aber ich muss dir ehrlich sagen, so aim würde ich noch an deiner Stelle ein bisschen üben. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Falls ihr mehr 1v1s sehen wollt oder gegen mich 1v1s machen wollt, kommentiert euren Epic-Namen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Neben am Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Und Servus.